So, wunderschönen guten Morgen. Es ist schon gar nicht mehr Morgen, es ist schon halb zwölf, aber solange man es hier braucht. Ich habe noch ein bisschen Programm geschnitten und nicht reinpolant in die Spiele lassen. Und Fahrräger vermietet und 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 jetzt bin ich hier und repariere dieses Fahrradvorschrad. Erster Auftrag heute. Da liegt dabei. Ich habe einen neuen Plan, wie ich das mache mit dem Video. Und weil ja dieser wunderschöne Stream, wenn ich ihn durchlaufen lasse, nicht gespeichert wird bei YouTube. Hast du es ausgegangen oder hast du es gescheitert? Okay. Darum. Will ich den Tag nochmal schneiden. Die etwas längeren Pausen einfach ausschneiden. Ich denke, es geht schnell. Ich weiß nicht, ich muss sehen, wie lange ich den schaffe, aber durchzeugen. Weil fordert ja dann doch am Ende nochmal eine Stunde oder so. Und werde den geschnittenen Stream rendern und dann hochladen. Mal gucken, wir testen es mal. Ob das funktioniert. Aus der zweiten Position. Und das andere läuft einfach durch. Hallo. Yes, please. Was machst du? Was machst du? Platte Reifen. Mach ich. Do you have the same two bikes? I don't think so. I don't know exactly which one. They were double bikes. Ach so, sie sind ja. Weider. Okay. Da sind alle Töne. Hallo. Nein, du weißt. Ich muss diese reparieren. Du musst diese reparieren. Ich möchte, wenn du vor der Zeit. Was ist kaputt? Weiß ich nicht. Weil es ist... Ich habe nicht die... Ähm... Weißt du? Weißt du? Es ist platt nur? Meinst du? Es ist... Du hast ja eine... Sehnen ist die beiden. Kamerlein. Das ist nicht gut. Aber... Also du hast es nur platt, meinst du? Aber das kannst du machen. Du kannst es ja hier machen. Draußen in der blauen Kiste ist Werkzeug. Und du brauchst hier die Tools. You can use it. It's open. But the wife is open. Ja, aber ich habe viele Mal... Hast du aufgepumpt? Aufgefunden und dann ist es immer... Ja, weiß ich nicht. Aber... Wenn du willst, kannst du einen Schlauch hier kaufen und kannst es schnell draussen machen. Ben. Präparieren. Okay, so du hast die... Den Schlauch habe ich da. Aber ich muss die... Werkzeuge? Ja. Und dann mit Wasser... Nein, nein. Ein neuer Schlauch. Turula. Die ganze... Ja, ja, ja. Nicht eine... Nein, nein. Nein, nein. Wie viel kostet das? Ein neuer? Oder sieben Euro. Sieben Euro. Okay. Ist besser so, dann hast du... Ja, ja, ja. Also einmal raus... Okay, und ihr... Die beiden Räder. Ja. Musst du einmal wieder ausfüllen? Das habe ich jetzt nicht mehr. Zweimal... Tandem. Machen wir jetzt weiter. Für heute? Für heute? Nur? Nur? Nur für heute. Ohne für die Toilette. Ohne für die Toilette. Ohne für die Toilette. Ohne für die Toilette. Das wird sich ja wohl... Das wird auch einmal... Okay. Okay. Okay... 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 Ja. Hanna, wie ist die Richtung? Graefstraße. 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 84. 25. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 25. 25. So, irgendwie. 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 Ich habe gedacht, dass das ein bisschen viel ist. Aber es war ja zugelegt. Ich glaube, dass die Musik war kaputt. Ich habe ja das gemacht. Und auch alle zusammen. Ja. Ja. Geh, geh, geh. Ja, ich habe drauf und ich habe ja etwas. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Ja, geh, geh. Vielen Dank. 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 So, 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 so. Danke dir. Vielen Dank. Danke. Das ist 15.